Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Hier ein kurzer Hinweis. Ich versuche in Zukunft zwei Versionen der neuen Podcast-Episode zu veröffentlichen. Eine mit englischer Hilfe zwischendurch und eine ohne. So können auch Menschen, die kein Englisch sprechen, von dem Podcast profitieren. Und alle, die Englisch sprechen, können ja beim zweiten oder dritten Mal Hören des Podcasts es ohne die Hilfe versuchen. Schreib mir gerne Feedback, was du davon hältst. Wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht es gut. Mir persönlich geht es ganz okay. In der heutigen Episode sprechen wir über die Europawahl 2024. Die Europawahl 2024 findet Sie findet zwischen dem sechsten und dem neunten Juni 2024 in Europa statt. It takes place. Sie findet in allen Mitgliedsstaaten der EU statt. Also in allen Ländern, die es in der Europäischen Union gibt. In Deutschland findet die Wahl am neunten Juni statt. Also am letzten Tag der Wahl. Was wird gewählt? Bei der Europawahl wird das Europäische Parlament gewählt. In dem Europäischen Parlament sitzen Politiker aus ganz Europa. Insgesamt, in total, insgesamt siebenhundertzwanzig Menschen. Sevenhundertundtwenty. Jedes Land der EU hat eine bestimmte Anzahl an Sitzen. Die Anzahl der Sitze hängt davon ab, wie groß das Land ist. Genauer gesagt, genauer gesagt, wie viele Menschen in dem Land wohnen. In Deutschland leben, verglichen mit anderen Ländern in der EU, sehr viele Menschen. Deswegen, deswegen hat Deutschland 96, 96, 96 Sitze. Kleinere Länder, wie zum Beispiel Portugal, haben auch wenige Sitze. Portugal hat zum Beispiel 21 Sitze. Im Europäischen Parlament gibt es unterschiedliche Fraktionen. Die Fraktionen sind ähnlich wie in den nationalen Parlamenten. Die Fraktionen zeigen eine bestimmte politische Richtung. Political Direction. Zum Beispiel konservativ, sozialdemokratisch, liberal oder grün. Gibt noch mehr Fraktionen, das sind jetzt nur Beispiele. Aber wie wichtig ist die Europawahl? Nun, die Europawahl ist sehr wichtig, weil sie die politische Richtung in der EU vorgibt. Das Europäische Parlament macht Gesetze, laws, und bestimmt den Haushalt, the budget. Also, die Wahl ist sehr, sehr wichtig. Allerdings sind die nationalen Wahlen auch sehr wichtig, weil das Europäische Parlament natürlich nicht alle Entscheidungen in Europa trifft. Also, wenn du wahlberechtigt bist, if you are an eligible voter, solltest du unbedingt am 9. Juni deine Stimme in Deutschland für die Europawahl abgeben. Und das war es mit der heutigen Episode. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Bitte teile sie doch in deinem Social Media oder auch in Gesprächen mit Freunden oder deiner Familie. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, du hast noch einen richtig schönen Tag. Bleib vor allem gesund. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.